Terrier Lifting Clems ist ein Weltmarktführer bei hochwertigen Hebelösungen und Dienstleistungen. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung können wir unseren Kunden die besten Hebeklemmenlösungen liefern, egal wo diese ihren Standort haben. Mit Sitz im Süden der Niederlande produzieren unsere sehr erfahrenen Entwicklungs- und Technikteams ein breites Sortiment an Hebeklemmen für die unterschiedlichsten Zwecke. Unser qualifiziertes und professionelles Team für den Verkauf- und Kundendienst-Ersatzteilservice bietet stets das bestmögliche Serviceniveau. Bei Terrier Lifting Clems arbeiten wir mit qualifizierten Technikern zusammen, die die beste Produktlösung garantieren. Unser Ingenieurs- und Technikwissen ist auf dem höchsten Stand und in Übereinstimmung mit den neuesten Standards und Anforderungen der Branche. Die Terrier Hebeklemmen mit ihrer lang anhaltenden Qualität garantieren beste Leistung und eine lange Lebensdauer. Sie sind wartungsfreundlich und haben verschweißte Schwerlastkörper. Wir testen unsere Hebeklemmen in unseren firmeninternen Prüfeinrichtungen bis zur doppelten Betriebslastgrenze. De facto werden Terrier Lifting Clems vorwiegend so entwickelt, dass ihr Bruchfaktor beim Fünffachen der Betriebslastgrenze liegt. Jede Klemme wird mit der Terrier-typischen Signalfarbe in Gelb, Rot und Blau zur Extrasicherheit und mit einem Prüfzertifikat geliefert. Ihr leichtgewichtiges und stromlinienförmiges Design erleichtert die Handhabung erheblich. Wir legen starken Wert auf Innovation und können Ihnen praktisch mit jedem maßgeschneiderten Klemmen oder Hebeprodukt behilflich sein. Unsere ISO 9001 zertifizierten Produktionsanlagen sind mit den modernsten Maschinen für eine effiziente Produktion auf einem konstant hohen Qualitätslevel ausgestattet. Für uns ist klar, dass Hebeprodukte nicht warten können. Dank dem großen Bestand in unserem Warenlager garantieren wir die schnelle und flexible Lieferung von Standardprodukten und darüber hinaus auch speziellen Hebeprodukten. Nach der Lieferung bietet Terrier auf Anfrage und bei Bedarf spezielle Schulungen zu Technik, Verkauf und Anleitungen. Qualitätsklemmen, denen Sie vertrauen können.